56 чувства Gefühle Хотеть Lust haben Wir haben Lust. Wir haben Lust. Wir haben keine Lust. бояться Angst haben Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Zeit haben Zeit haben Er hat Zeit. Er hat Zeit. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Langeweile haben Langeweile haben Sie hat Langeweile. Sie hat Langeweile. Sie hat Langeweile. Sie hat keine Langeweile. быть Hunger haben Hunger haben Habt ihr Hunger? Habt ihr keinen Hunger? Хотet pить. Durst haben. Durst haben. Sie haben Durst. Sie haben keinen Durst. Siebenundfünfzig. Beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe den Termin um zehn Uhr. Ich habe den Termin um zehn Uhr. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Der Arzt kommt gleich. Wo sind Sie versichert? Wo sind Sie versichert? Was kann ich für Sie tun? Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Где у вас болит? Wo tut es weh? Wo tut es weh? Ich habe immer rückenschmerzen. Ich habe immer rückenschmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe manchmal Kopfschmerzen. Ich habe manchmal Bauchschmerzen. Ich habe manchmal Bauchschmerzen. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Legen Sie sich bitte auf die Liege. Legen Sie sich bitte auf die Liege. Der Blutdruck ist in Ordnung. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. 58 58 Körperteile Körperteile Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. Zuerst den Kopf. Zuerst den Kopf. Der Mann trägt einen Hut. da Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. Laat Ich zeichne Listen auf. ا Das Schaqu du을 ues Ich zeichne Ich ich zeichne Ich zeichne und ich zeichne Den Rücken sieht man auch nicht. Ich zeichne die Augen und den Mund. Der Mann tanzt und lacht. Der Mann hat eine lange Nase. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Es ist Winter und es ist kalt. Die Arme sind kräftig. Die Beine sind auch kräftig. Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Aber der Mann friert nicht. Aber der Mann friert nicht. Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann. 59 59 59 Na Pocchte Im Postamt Im Postamt Wo ist das nächste Postamt? Wo ist das nächste Postamt? Wo ist das nächste Postamt? Ich brauche ein paar Briefmarken. Ich brauche ein paar Briefmarken. Ich brauche ein paar Briefmarken. Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Сколько весит посылка? Wie schwer ist das Paket? Wie schwer ist das Paket? Kann ich es per Luftpost schicken? Kann ich es per Luftpost schicken? Когда это дойдет? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Отkуда я могу позвонить? Wo kann ich telefonieren? Где ближайшая телефонная будка? Wo ist die nächste Telefonzelle? У вас есть телефонные карточки? Haben Sie Telefonkarten? У вас есть телефонная книга? Haben Sie ein Telefonbuch? Вы знаете Код Австрии? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Sekundo, я посмотрю. Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Die Leitung ist immer besetzt. Какой номер вы набрали? Welche Nummer haben Sie gewählt? Сначала вы должны набрать 0. Sie müssen zuerst die 0 wählen. Sie müssen zuerst die 0 wählen. 60 60 60 В банке In der Bank In der Bank Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Вот мой Passport. Hier ist mein Pass. Hier ist mein Pass. Вот мой Adress. Und hier ist meine Adresse. Und hier ist meine Adresse. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Сколько составит Kommissия? Wie hoch sind die Gebühren? Wie hoch sind die Gebühren? Где мне расписаться? Wo muss ich unterschreiben? Wo muss ich unterschreiben? Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist meine Kontonummer. Die деньги sind gekommen? Ist das Geld angekommen? Ist das Geld angekommen? Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich brauche US-Dollar. Ich brauche US-Dollar. Dайте мне, пожалуйста, маленькие Banknoten. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Hier ist ein Bankomat. Gibt es hier einen Geldautomat? Gibt es hier einen Geldautomat? Сколько денег можно снять? Wie viel Geld kann man abheben? Wie viel Geld kann man abheben? Welche Kreditkarten kann man benutzen?